Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo, aber bevor ich euch die Infos sage, möchte ich mich einfach nochmal richtig bei euch bedanken. Das richtig war jetzt betont, weil ich habe jetzt 11 Abonnenten erreicht und ich habe mir so ein Ziel gesetzt bis zum Ende vom Jahr 10 Abos zu schaffen, also die zweistellige Marke. Und jetzt habe ich kurz vor Weihnachten einfach schon 11 Abos und es freut mich einfach. Ich mache es seit 2 Monaten Videos und ich wusste genau, wo ich angefangen habe. Das wird schwer, weil ich einfach von anderen schon die Erfahrung hatte. Also ich kenne ja viele kleine YouTuber, jetzt zum Beispiel Jan oder andere eben und die kommen genauso wenig voran wie ich. Und ich war mir bewusst, dass es nicht so sein wird, dass ich gleich eine Million jetzt ums Übertreibe erreiche. Und deswegen freue ich mich einfach riesig, auch wenn wir nur kleine Sprünge machen. Ich freue mich wirklich über jeden Abonnent, der dazu kommt. Über jeden Like freue ich mich. Und auch wenn mal Kritik in den Kommentaren steht, ich probiere das einfach so gut wie möglich umzusetzen in dem nächsten Video. So, das war jetzt die Dankesrede. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Infoteil. Und zwar sind jetzt wieder bei Weihnachtsferien und das heißt jeden Tag ein Video. Wer bei der Herbstferien schon dabei war, weiß das, dass ich jeden Tag ein Video bringe in der Ferien. Und zwar vom 20.12. das müsste der Samstag sein. Bis zum 6.1. Nicht 12. 6.1. natürlich. Jeden Tag mindestens ein Video. Wenn nicht sogar zwei teilweise. Und an Weihnachten auf jeden Fall schon mal zwei. Also am 24. Da kommt nämlich so ein klitzekleines Special, was ich mir so überlegt habe. Aber freut euch nicht zu riesig da drüber. Es wird, es ist zwar ein Special, aber es ist nicht so mega hammermäßig toll, weil ich bin nicht so der, der so Specials so richtig toll macht. Deswegen freu dich einfach so ein bisschen drauf drauf. Dann werdet ihr auch bestimmt überzeugt werden. So und das war es eigentlich mit dem kurzen Infovideo. Würde ich sage, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns am Samstag wieder. Also am 20. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und ja, bis dann. Ciao.